Musik Herzlich willkommen, ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutsch-Test für Anfänger, A1, stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1, Teil 1, der Buchstabe A Ab Ab morgen muss ich arbeiten. Ab morgen muss ich arbeiten. Aber Ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden. Ich bin oft im Büro, aber nur für wenige Stunden. Abfahren Wir fahren um zwölf Uhr ab. Wir fahren um zwölf Uhr ab. Die Abfahrt Vor der Abfahrt rufe ich an. Vor der Abfahrt rufe ich an. Abgeben Ich muss meine Schlüssel ab. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Abholen Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Der Absender Mehrzahl Die Absender Da ist ein Brief für dich ohne Absender. Da ist ein Brief für dich ohne Absender. Die Achtung Achtung Das dürfen Sie nicht tun. Achtung Das dürfen Sie nicht tun. Die Adresse Können Sie mir seine Adresse sagen? Können Sie mir seine Adresse sagen? All Alles Gute Alles Gute All Das ist alles Das ist alles All Sind alle da? Sind alle da? All Alle Freunde kommen Alle Freunde kommen All Hast du alles? Hast du alles? Allein Er Er kommt Allein Er Er Kommt Allein Also Also Es ist so gewesen Also Es ist so gewesen Also Er hat Zeit Also Muss er uns helfen Er hat Zeit Also Also Muss er uns helfen Alt Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Alt Sie sehen aber nicht so alt aus Sie sehen aber nicht so alt aus Alt Mein Auto ist schon sehr alt Mein Auto ist schon sehr alt Mein Auto ist schon sehr alt Alt Wir wohnen in einem alten Haus Wir wohnen in einem alten Haus Mein Opa ist ein alter Mann Mein Opa ist ein alter Mann Das Alter Mein alter Mein alter Ich bin 26 Jahre Mein alter Ich bin 26 Jahre An An der nächsten Straße nach rechts Wir treffen uns am Bahnhof Wir treffen uns am Bahnhof An Am Montag geht es leider nicht Am Montag geht es leider nicht Anbieten Was darf ich dir anbieten? Was darf ich dir anbieten? Anbieten Ich biete dir ein Geschäft an Ich biete dir ein Geschäft an Das Angebot Die Angebote Heute sind Sportschuhe im Angebot Heute sind Sportschuhe im Angebot Ander Möchtest du diese? Nein Nein Die andere Möchtest du diese? Nein Die andere Ander Dieser Mann? Nein Ein anderer Dieser Mann? Nein Ein anderer Anfangen Wir können jetzt anfangen Wir können jetzt anfangen Anfangen Der Unterricht fängt gleich an Der Unterricht fängt gleich an Der Anfang Die Anfänge Sie wohnt am Anfang der Straße Sie wohnt am Anfang der Straße Der Anfang Die Anfänge Wir machen Anfang Juli Urlaub Wir machen Anfang Wir machen Anfang Juli Urlaub Anklicken Da musst du dieses Wort anklicken Da musst du dieses Wort anklicken Ankommen Wann wird der Brief ankommen? Wann wird der Brief ankommen? Ankommen Wann kommt der Zug in Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? Die Ankunft Die Ankünfte Ich freue mich auf deine Ankunft Ich freue mich auf deine Ankunft Die Ankunft Die Ankünfte Hier steht die Ankunftszeit der Züge Hier steht die Ankunftszeit der Züge Ankreuzen Auf dem Formular bitte ankreuzen Auf dem Formular bitte ankreuzen Anmachen Kannst du das Licht anmachen? Kannst du das Licht anmachen? Anmachen Mach bitte das Licht an Mach bitte das Licht an Anmelden Wo kann ich mich anmelden? Wo kann ich mich anmelden? Die Anmeldung Die Anmeldungen Die Anmeldung für diesen Kurs ist hier Die Anmeldung für diesen Kurs ist hier Die Anrede Die Anreden Benutzen Sie die höfliche Anrede Benutzen Sie die höfliche Anrede Anrufen Darf ich Sie telefonisch anrufen? Darf ich Sie telefonisch anrufen? Anrufen Peter ruft kurz seine Freundin an Peter ruft kurz seine Freundin an Der Anruf Die Anrufe Sie bekommt Anrufe auf dem Handy Sie bekommt Anrufe auf dem Handy Der Anrufbeantworter Die Anrufbeantworter Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter Die Ansage Die Ansage Die Ansagen Hören Sie die Ansagen am Bahnhof? Hören Sie die Ansagen am Bahnhof? Der Anschluss Die Anschlüsse In Berlin haben Sie Anschluss nach Hof In Berlin haben Sie Anschluss nach Hof Der Anschluss Die Anschlüsse Bekomme ich einen Telefonanschluss? Bekomme ich einen Telefonanschluss? An sein Heute Nacht war das Licht an Heute Nacht war das Licht an Antworten Er antwortet nicht und schweigt Er antwortet nicht und schweigt Die Antwort Die Antworten Er gibt leider keine Antwort Er gibt leider keine Antwort Die Anzeige Die Anzeigen Die Anzeige ist in der Zeitung Die Anzeige ist in der Zeitung Sich anziehen Ich muss die Jacke anziehen Ich muss die Jacke anziehen Das Apartment Die Apartments Wir haben ein Apartment gemietet Wir haben ein Apartment gemietet Der Apfel Die Äpfel Ich möchte ein Pfund Äpfel, bitte Ich möchte ein Pfund Äpfel, bitte Der Appetit Guten Appetit Guten Appetit Arbeiten Wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Die Arbeit Die Arbeit Die Arbeiten Mein Bruder sucht Arbeit Mein Bruder sucht Arbeit Arbeitslos Viele Leute sind arbeitslos Viele Leute sind arbeitslos Der Arbeitsplatz Die Arbeitsplätze Am Arbeitsplatz fehlt der Drucker Am Arbeitsplatz fehlt der Drucker Der Arm Die Arme Mein Arm tut weh Mein Arm tut weh Der Arzt Der Arzt Die Ärzte Morgen habe ich einen Termin bei meiner Ärztin Morgen habe ich einen Termin bei meiner Ärztin Auch Ich bin auch Spanier Ich bin auch Spanier Auf Die Kinder spielen auf der Straße Die Kinder spielen auf der Straße Auf Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Die Aufgabe Die Aufgaben Das ist eine schwere Aufgabe Das ist eine schwere Aufgabe Aufhören Der Kurs hört in einer Woche auf Der Kurs hört in einer Woche auf Aufhören Hier hört die Bahnhofstraße auf Aufhören Hier hört die Bahnhofstraße auf Auf sein Du brauchst den Schlüssel nicht Die Wohnung ist auf Du brauchst den Schlüssel nicht Die Wohnung ist auf Auf Aufstehen Ich muss immer um 4 Uhr aufstehen Ich muss immer um 4 Uhr aufstehen Aufstehen Soll ich aufstehen? Soll ich aufstehen? Der Aufzug Die Aufzüge In diesem Haus gibt es keinen Aufzug In diesem Haus gibt es keinen Aufzug Das Auge Die Augen Er hat blaue Augen Er hat blaue Augen Aus Er kommt aus Brasilien Er kommt aus Brasilien Der Ausflug Die Ausflüge Morgen machen wir einen Ausflug nach Heidelberg Morgen machen wir einen Ausflug nach Heidelberg Ausfüllen Ausfüllen Füllen Sie bitte dieses Formular aus Füllen Sie bitte dieses Formular aus Der Ausgang Die Ausgänge Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Die Auskunft Die Auskünfte Können Sie mir eine Auskunft geben? Können Sie mir eine Auskunft geben? Das Ausland Fahren Sie ins Ausland? Fahren Sie ins Ausland? Der Ausländer Die Ausländer Sind Sie Ausländerin? Sind Sie Ausländerin? Ausländisch Leider habe ich nur ausländisches Geld Leider habe ich nur ausländisches Geld Ausmachen Mach bitte das Licht aus Mach bitte das Licht aus Die Aussage Ist die Aussage richtig oder falsch? Ist die Aussage richtig oder falsch? Aussehen Das sieht schön aus Das sieht schön aus Aussein Das Licht ist aus Das Licht ist aus Aussein Die Schule ist aus Die Schule ist aus Aussteigen Wo muss ich aussteigen? Wo muss ich aussteigen? Der Ausweis Die Ausweise Hier ist mein Ausweis Hier ist mein Ausweis Sich ausziehen Zieh die Schuhe aus Bitte Zieh die Schuhe aus Das Auto Das Auto Die Autos Er kommt mit dem Auto Er kommt mit dem Auto Die Autobahn Die Autobahnen Wo geht's hier bitte zur Autobahn? Wo geht's hier bitte zur Autobahn? Der Automat Die Automaten Die Fahrkarten gibt es nur am Automaten Die Fahrkarten gibt es nur am Automaten Automatisch Du musst nichts machen Das geht automatisch Du musst nichts machen Das geht automatisch Das war der erste Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut Buchstabe A Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare Das PDF zum Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt Und ich freue mich auf eure Kommentare, Kritiken, Wünsche Wollt ihr nichts verpassen? Abonniert diesen Kanal bitte Klickt auf die Glocke Folgt uns auf Instagram, Twitter, TikTok Oder schreibt direkt eine E-Mail an wortschatz.outlook.com Und damit weiter viel Spaß beim Deutsch lernen Bis zum nächsten Mal Ihr Wortschätzchen